Willkommen von Showstoppers auf der MOBA Working Nest. Wir sehen könnt, wir sind hier bei ZEG und haben das Calibre Advantage in unserer Hand und ein Apple iPhone 5. Wir sehen könnt, wir haben ein schickes Case mit Tastatur bzw. einem Gamepad hier entsprechend wie man es kennt. Pfeiltasten und hier können wir uns entsprechend hier bewegen bzw. durch die Gegend laufen und spielen wie zu Hause auf der Konsole entsprechend mit sehr guten Tasten und natürlich auch Tasten an der Seite. Wir haben hinten eine schöne gummierte Oberfläche, wenn wir das Ganze zusammenschieben, ist das Ganze einfach aus und es macht das iPhone eigentlich nicht viel dicker, wenn wir hier von oben sehen können, mit dem Case zusammen ist diese Rückseite ungefähr dann doppelt so dick wie das iPhone, also auch in der Hosentasche auch oder im Rucksack kann man das durch Blocker mitnehmen und das Ganze wird über USB einfach geladen und gepaart über Bluetooth 4.0, wobei hier unten einfach die LED dann ist, die anzeigt, ob das Ganze gepaart ist. Also natürlich, wie gesagt, man kann mit hier wunderbar spielen, zum Beispiel hier Epic Citadel mit sehr schöner Grafik, macht sehr Spaß, aber leider noch ist iPhone 5 aktuell und wird 69 Dollar kosten im Sommer diesen Jahres. Mein Name ist Balaschgehal, das war hier ein kurzes Hands-On mit dem Advantage von ZENG. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr uns hier zugeschaut habt.